. Es ist mal wieder an der Zeit, eine ehemalige Phantasialand-Attraktion genauer zu betrachten. Einige von euch haben sich ein Video zur Wikingerbootsfahrt gewünscht. Diesem Wunsch werden wir heute nachkommen. Allerdings werden wir hierbei natürlich auch den Vorgänger, die Seeräuberfahrt nach Katargena, berücksichtigen. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Kapitel 1 – Der Märchensee Der 30.000 Quadratmeter große Mondsee, der damals auch Märchensee oder Wikingersee genannt wurde, ist schon seit der Eröffnung des Parks am 30. April 1967 ein fester Bestandteil des Phantasialandes. Im Eröffnungsjahr war es den Besuchern möglich, den See mit Ruder- und Tretbooten etwas genauer zu erkunden. Außerdem war hier anfangs die Delfinshow beheimatet, über die wir bereits ein Video produziert haben. Nach nur einem Jahr erweiterte das Phantasialand jedoch sein Angebot um eine neue Attraktion, die Seeräuberfahrt nach Katargena. Infolgedessen wurden die Ruder- und Tretboote nach nur einer Saison wieder geschlossen. Kapitel 2 – Die Seeräuberfahrt nach Katargena Die Seeräuberfahrt nach Katargena gehörte einige Jahre lang zu den Hauptattraktionen des Phantasialandes. Die Station der Bootsfahrt war als koloniale Festung gestaltet und beherbergte Dekorationselemente wie Säbel und Kanonen. Die thematisch ebenfalls angepassten Boote verfügten über Abdeckplanen, die den Fahrgästen bei schlechter Witterung von großem Nutzen waren. Die Seeräuberfahrt nach Katargena fuhr ihre Gäste einmal um den kompletten Märchensee. Die Fahrt war in drei unterschiedliche Parts gegliedert. Zunächst gab es vereinzelte Animatronics zu sehen, anschließend fuhr man in eine Piratenhöhle, danach gelangten die Boote wieder ins Freie. Die Besucher fuhren hier unter anderem an Krokodilen, Nilpferden und Elefanten vorbei, machten am Ende aber auch einen kleinen Abstecher in eine versunkene Stadt, die in damaligen Magazinen als Teil von Atlantis bezeichnet wurde. Die bekannteste Szene dürfte allerdings jene gewesen sein, in der ein Nashorn drei Räuber einen Baum heraufgejagt hat. In der Piratenhöhle, die Alltagsszenen aus dem Leben der Piraten zeigte, war passenderweise das weltweit bekannte Seemannslied What Shall We Do With The Drunken Sailor zu hören. Aufgrund der verhältnismäßig sehr langen Fahrtzeit war die Seeräuberfahrt nach Cartagena zur damaligen Zeit das einzige Fahrgeschäft, auf dem es erlaubt war, Speisen und Getränke zu sich zu nehmen. Ein Umstand, der gerne von den im See beheimateten Enten und Fischen ausgenutzt wurde, die die einzelnen Boote quasi eskortierten. Kapitel 3 – Das Piratenschiff Il Leone Der größte Blickfang der Seeräuberfahrt nach Cartagena dürfte allerdings das Piratenschiff Il Leone gewesen sein, das in den parkeigenen Werkstätten gebaut wurde. Dieser Dreimaster stand sogar noch bis in die 2000er Jahre hinein auf dem Märchensee. Über seinen Verbleib ist uns leider nichts bekannt. Der Name des Schiffes kommt aus dem Italienischen und bedeutet der Löwe, was angesichts der Tatsache, dass der Bug von einem goldenen Löwen geziert wurde, alles andere als verwunderlich ist. Das Holzschiff war mit Figuren und Kanonen dekoriert. Kapitel 4 – Cartagena de Indias Sowohl in Spanien als auch in Kolumbien gibt es wirklich Städte bzw. Gemeinden, die auf den Namen Cartagena hören. Ob der Name der Attraktion hiervon abgeleitet wurde, ist nicht geklärt. Allerdings hat sich der Weg der kolumbianischen Gemeinde Cartagena de Indias im Laufe ihrer Geschichte häufig mit dem von Piraten gekreuzt. Und das ist kein Wunder, denn die Stadt war früher eine Zwischenstation der spanischen Silberflotte, die zweimal im Jahr nach Cartagena segelte, um Alltagswaren und Edelsteine zu vermarkten. Und da zudem die englischen und niederländischen Sklavenschiffe nach Cartagena segeln mussten, wurde die Gemeinde häufig von Piraten attackiert und geplündert. Nach einem besonders schweren Überfall im Jahr 1585 errichteten die Bewohner der Stadt einen elf Kilometer langen Schutzwall und eine Wehranlage namens San Felipe. Von nun an konnten die Angriffe abgewehrt werden und die Stadt galt zeitweise als uneinnehmbar. Mit Blick auf das Stationsgebäude der Seeräuberfahrt liegt die Vermutung nahe, dass die Attraktion tatsächlich von der kolumbianischen Gemeinde Cartagena de Indias inspiriert wurde. Kapitel 5 – Umgestaltung zur Wikingerbootsfahrt Teile der Seeräuberfahrt nach Cartagena wurden im Jahr 1978 bei einem Sturm dermaßen schwer beschädigt, dass sie abgerissen und ersetzt werden mussten. Das Phantasialand entschied sich gegen einen dem ursprünglichen Thema entsprechenden Ersatz und formte die Attraktion folglich zur Wikingerbootsfahrt um. Die im zweiten Punkt erwähnten Animatronics blieben jedoch nahezu vollständig erhalten. Lediglich die Piratenhöhle musste zu einem Großteil erneuert werden. Alten Postkarten zufolge hieß die Attraktion kurzzeitig sogar Wikingerbootsfahrt zur Piratenstadt Cartagena. Die Boote, die vorher mit Pferdeköpfen gespickt waren, wiesen von nun an Drachenköpfe auf. Kapitel 6 – Ostersonntag 1989 Am 26. März 1989 kam es zu einem unglücklichen Zwischenfall auf der Wikingerbootsfahrt. Ein Boot lief voll Wasser und kenterte, was zur Folge hatte, dass 21 der 25 betroffenen Fahrgäste wegen des Verdachts auf Unterkühlung – die Wassertemperatur betrug lediglich 7 Grad Celsius – in nahegelegene Kliniken in Brühl und Wesseling gebracht werden mussten. Das Boot kenterte, weil sich sechs Gäste während der Fahrt auf die hintere Sitzreihe umgesetzt hatten, obwohl diese nur für zwei Besucher ausgelegt war. Aus diesem Grund wurde die hintere Sitzbank in der Folge gesperrt. Kuriose Randnotiz, weil einer der betroffenen Fahrgäste nach diesem Malheur seine Tasche mit Sparbuch vermisste, schickten Gottlieb Löffelhardt und Richard Schmidt Taucher ins Wasser, um nach dem kostbaren Besitz zu suchen. Doch sie suchten den See vergeblich ab, da sich die Tasche samt Inhalt die ganze Zeit in der Klinik befunden hatte. Der Vorfall landete damals im Express, einer Kölner Boulevardzeitung. Allerdings hat dieses Blatt schon damals bewiesen, dass reißerische Artikel vor der Ursachenforschung stehen. Kapitel 7 – Lasershow auf dem Wikingersee Um die Jahrtausendwende herum war auf dem Wikingersee eine Lasershow zu sehen, die in erster Linie beim Festival der Lichter gezeigt wurde. Hier waren unter anderem singende Totenköpfe zu sehen, die sich zu Songs wie Ghostbusters oder I Feel Good bewegten. Die beste Sicht auf die Lasershow hatte man vom heutigen Schwanzneck aus. Kapitel 8 – Schließung und Umgestaltung Ursprünglich sollte die Wikingerbootsfahrt schon nach der Saison 1998 geschlossen werden. Anfang 1999 unternahm der Park dennoch ein paar Versuche, um die Attraktion zu erhalten, bis man sie im Mai schließlich doch aus dem Angebot nehmen musste. Als Grund hierfür wurden die immer schlechter werdende Wasserqualität und ein stetig sinkender Wasserpegel genannt. Das Piratenschiff und manche Animatronics, wie zum Beispiel die Elefanten, waren noch einige Jahre lang zu sehen. Im Jahr 2003 eröffnete mit Wözels Wassertretern endlich wieder eine Attraktion auf dem See. Ende 2008 wurde schließlich der Märchenwald abgerissen und zu Baumbergen umgestaltet. In der Folge wurde aus dem Märchensee der Mondsee, der seit dem 31. Mai 2009 den Watershooter Vakubato beherbergt. Das war unser Infovideo zur Seeräuberfahrt nach Cartagena bzw. zur Wikingerbootsfahrt. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns wie immer über positives Feedback und entsprechende Kommentare freuen. In den nächsten Tagen werden wir übrigens noch ein informatives Video zum Barockgarten hinter dem Mystery Castle veröffentlichen. Bis dahin wünschen wir dir noch eine fantastische Woche. Bis zum nächsten Mal, deine Phantasialand-Infos.